Sportstation 2 Megadribbler Wettbewerb in den 11 Team Sport Camps mit dem großen Finale im Europapark. Die moderne Messtechnik der Sportstation 2 ermöglicht all seinen Teilnehmern eine detaillierte Auswertung seiner Dribbelfähigkeit. Ex-Fußballprofis und auch aktuelle, wie ihr hier sehen könnt, Jamal Musiala mit seiner exzellenten Ballbehandlung. Einer unserer Rekordhalter auf der Sportstation 2. Und die Besten haben es dann geschafft, im Europapark im Dezember 2022 das große Finale zu laufen. Und als Hauptpreis gab es ein Treffen mit Weltmeister-Torschütze Mario Götze, mit dem die Kleinen dann auch in den Sportstation 2 Megadribbler Parcours ein Rennen machen durften. Wir freuen uns auf 2023. Seid dabei!